ja hi youtube und willkommen zu einem neuen video es geht heute noch mal ums deepweb und zwar um das deutsche forum in deepweb ich will vorab sagen ich wollte eigentlich heute noch mal ein video machen mit dem hd coders aber dem ist sein pc flöten gegangen das heißt bis da nächstes video kommt dauert wahrscheinlich noch ein bisschen und wir haben eine neue webseite die wird in den nächsten tagen online gehen die sieht so aus da könnt ihr dann euch wieder die menüs von uns runterladen und wir machen einen neuen injector also seid mal gespannt was wir machen wir öffnen uns im tor browser auf windows oder wir gerade gesehen habt auch auf linux am besser ist natürlich mit linux aber ich gehe mal davon aus dass die meisten von euch windows benutzen und wir geben ein wbw germany who see case x punkt onion so wir sehen an onion dass wir wieder in der onion verschlüsselung sind von tor und uns im deepweb befinden das forum ist praktisch eigentlich ein ganz normales forum wie das andere auch wie man es aus dem clearnet kennt nur ohne tabus also ohne tabu themen ja und ohne gut menschen sonst ist es ein relativ normales forum ihr könnt euch anmelden ganz normal auch account erstellen die anmeldung ist ein bisschen komplexer als im clearnet in vorn denn man braucht da ein paar so wichtige programme noch dazu zum beispiel mit message um sich mit jemandem privat zu unterhalten die pgb pgp nachrichten also nachrichten service ist das der auch verschlüsselt ist und anonym und man sollte eine safe mail adresse haben und die sollten sachen sollte man sich alle mal downloaden gibt es auch tutorials in dem forum wie das alles funktioniert ich werde euch das nicht zeigen einfach aus dem grund weil es jeder der sich da wirklich anmelden will wird es auch selber schaffen so die themen die es in dem forum gibt es sind eigentlich auch relativ wie normalen forum es geht viel um politik und zum beispiel ist ein großer treat offen über die flüchtlings sachen zurzeit über freiheit gibt es viel also darf ich zum beispiel post gelesen von zwei 25 jährigen die ich weiß nicht haben sie irgendwas angestellt keine ahnung die auf jeden fall sich auf ein leben im wald vorbereiten nicht bei uns aber irgendwo in tschechien da soll es ja größere wälder geben und die bereiten sich da wirklich auf ein leben im wald vor nicht nur für ein paar tage sondern wirklich für monate man weiß nicht wieso und da haben sie halt gefragt was da alles mitnehmen sollen was alles wichtig ist welche bücher sie da brauchen und so es geht viel um religion auch also ja die ganze mal religionsfragen ich halte nicht viel von religion deswegen brauchte mich da auch nicht fragen aber für einige ganz sehr interessant also auch über den islam christentum alles mögliche natürlich gibt es auch ein handelsplatz und der handelsplatz besteht teilweise aus treuhändlern und aus privatverkäufern ja privatverkäufer sind einfach leute die sich da angemeldet haben und zum beispiel weiß nicht cannabis verkaufen und es gibt diese verifizierten leute das sind halt leute die schon viel verkauft haben und dadurch einen gewissen status erlangt haben dass sie halt bewertet wurden und da immer gesagt wurde ja die sind safe da könnt ihr kaufen die ziehen euch nicht ab was alles verkauft wird sind medikamente zum beispiel diazepam chloroquine und solche sachen kaufen auch viele leute weil es da auch viel um es gibt auch ein treat um das thema selbstmord und mit diesen zwei medikamenten ich weiß nicht ob es da an oder andere weiß begehen auch viele leichten oder sanften selbstmord wie es auch heißt und es gibt auch ganz normale medikamente die man sich halt da in höheren dosen kaufen kann für die diese ja brauchen vielleicht natürlich drogen ist auch wieder eine große sparte und waffen zum beispiel habe ich da welche gesehen die bauen schrägschuss waffen man sieht sie auch im hintergrund umbauen da einen neuen patronenlager und neuen lauf rein mit zügen in kaliber 380 acp und verkaufen diese waffen für circa 750 euro die erlaubten modelle davon kosten in deutschland um die 200 euro das sind schrägschuss waffen die sind mit 18 jahren erlaubt und der umbau kostet dann 750 euro es werden auch scharfe waffen angeboten die oft aus der schweiz importiert werden wie zum beispiel der k31 das ist in der schweiz eine legale waffe die man sich mit 18 kaufen kann soweit ich das weiß und die werden nach deutschland importiert und da halt verkauft natürlich muss man auch im deep web aufpassen mit scammern das sind leute die euch verarschen wollen die sich abziehen wollen deswegen lebt euch ein bisschen in dieser community ein wenn ihr da wirklich was kaufen solltet wovon ich euch erstmal natürlich immer abrate denn vieles davon ist natürlich illegal aber lebt euch da ein schaut euch die user an verfolgt so ein bisschen wie die user sich geben da drinnen und da kann man sich schon so raussuchen welches von den leuten dann ein scammer ist und wer da vertrauenswürdig ist ja wo man immer darauf achten soll ist escrow es ist praktisch ein dritt ein dritter mann bei einem bei einem handel das ist zum beispiel wenn ich jemanden geld überweise und der mir die ware schickt will ich auch eine sicherheit haben das heißt das geld das ich zahle das gebe ich erst mal einem dritt einen dritten mann der behält dass lange bis bei mir die ware eingegangen ist und dann schickt es erst an den verkäufer weiter ja dann hat man dann so drei parteien und es ist etwas sicherer als wenn ich wirklich den leuten zu 100 prozent vertrauen muss gut ja das war es soweit noch ganz kurz dazu wenn ihr irgendwie wirklich da sachen kaufen oder verkaufen solltet wenn irgendwo das wort uwe fällt uwe das ist immer ein synonym für achtung da ist irgendwo die polizei ganz wichtig noch dazu ich rate natürlich immer ab vom handel weil eben natürlich viel illegal ist auch dabei aber ja soweit dazu noch ganz kurz mit was gezeigt wird natürlich bitcoin die werden durch nicht die gehen auf eine wallet durch einen mixer durch dass sie anonymisiert werden und 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 aber dazu kann man auch noch mal ein extra video machen ich bedanke mich fürs zuschauen hoffentlich das nächste mal wieder mit dem hd coders und bis zum nächsten video